hallo zusammen ich habe mir heute mal ein etwas anderes video überlegt früher hätte ich das vielleicht mit dem basti zusammen gedreht aber jetzt wo ich allein bin versuche ich es halt allein kann es sein dass du dumm bist oder sowas wie gesagt mir ist vorher wie ich so im garten rum gesessen bin und in youtube geschaut habe da habe ich mir mal umgeguckt bei diverses video und die zehn arten videos und da ist mir was eingefallen ich habe es zwar keine zehn arten nachher aber fünf arten fünf kommentare in real life sozusagen also fünf arten von kommentare in real life und jetzt kommen wir zum intro und danach wünsche ich euch viel spaß und nimmst das mit humor weil es soll nur zur unterhaltung dienen macht das ganze also bis nach den fünf wagen zum verabschieden holz mei hey mox weißt du was der schlimmste tag da ist nein weiß ich nicht wieso soll ich das wissen wirst man ja gleich sagen nicht der regel freitag sondern der regel montag wieso riegel montag gibt doch bloß einen riegel freitag also irgendwo unlogisch oder was redest denn du das ist der schlimmste tag der woche wenn du meinst dass das der schlimmste tag der woche ist dann mach doch bessere videos dann probier es doch selber mal aber gehen mir nicht auf die nerven und behaupte das sind schlechte videos aber gut weißt du kannst du kannst du mir jetzt filmen verlaufen ich fass es einfach nicht ja 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 jaja 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 so наша wissen wollten aus zwei gesagt aus ja auf Und jetzt habt ihr es gesehen. Super, geh? Und meine Muggi ist Fitnesstraining, ne? Jetzt sag ich dir mal was, Max. Der Tag, die Erfolge, die letzte Riegelfrei der Folge spricht Bände. Wieso spricht die Bände? Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber es ist der schlimmste Tag der Woche. Okay. Mist! Ich kann, sah und sieg dich, ne? Sicher glaub ich das. Bist du da wirklich zu 100% sicher, dass du das glaubst? Natürlich glaub ich das würdest du sonst sagen, ne? Dem ist doch alles so zum Trauen, dem Typ. Aber gut. Scheiß drauf. Ich geh heim. Ja. Das war er wieder mal, der Klaus. Der ist jetzt heimgegangen. Gibt jetzt da ein bisschen Essen bei dem. Auf jeden Fall, das was da jetzt vorgekommen ist, mit Humor nehmen, ist ein bisschen überspitzt gewesen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wieder mal abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos. Nichts! Social Media Sachen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo man mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Habe die Ehre. Wir sehen uns. bei einem